Herzlich willkommen zum Somatik-Consent-Kurs Genießen und Spielen. In den vorangegangenen Kursen Neustart und Selbstliebe ging es um das Verstehen und um das Aktivieren deiner Haut, dass du dich sozusagen auf eine tiefere Gefühlsebene deiner eigenen Empfindungen, deiner Haut einlassen kannst. In dem Kurs Genießen und Spielen geht es darum, dass du das Erfahrene aus der Selbstliebe und das Verstehen, worum es in diesem Kurs geht, sozusagen anwenden kannst, wenn du dich mit anderen verbinden möchtest, also dass du mit anderen Leuten spielen kannst. Wir werden dich in diesem Kurs, wo deine Haut schon auf das Fühlen eingestimmt ist, darauf vorbereiten, dass du mit anderen Leuten deiner Wahl in das Drei-Minuten-Spiel gehen kannst. Das Drei-Minuten-Spiel wird ausführlich in diesem Kurs erklärt, wie du sozusagen andere Leute initiieren kannst, um das zu erfahren, was du erfahren möchtest. Das Drei-Minuten-Spiel ist ein revolutionäres Spiel, das mein Leben auf eine ganz besondere Art und Weise verändert hat und das vieler anderer Menschen. In dem Kurs hoffe ich, dass du auch das findest, was ich gefunden habe, dass du sozusagen die Entscheidung treffen kannst, die Erfahrung zu machen, die du mit anderen Menschen haben möchtest, wo deine Haut und das Fühlen mit deiner Haut als Grundlage dafür dient, dich mit anderen Leuten zu verbinden. Also ich hoffe, dass du genauso viel Spaß dabei hast, zu genießen und zu spielen, wie ich es habe und ich hoffe, ich sehe dich auf der anderen Seite oder irgendwo im Leben. Geil. 다음. Vielen Dank.